So. So, jetzt dürfte der neuer Part angefangen haben, der zweite. 15 Minuten sind um. Und jetzt lasse ich mal kurz die beiden Assassinen durchlaufen, dass sie sich wieder aufladen. Und dann werden wir mal das Schlimmste, wo wir vorhin, also letztes Mal im letzten Part, richtig gefailt haben, das mal erledigen. Weil hier laufen viele mehr Wachen um als hier am Anfang. Das ist das kleine Problemchen dabei. So, zwei sind schon wieder frei. Das ist super, dann können wir eventuell auch Pfeilhagel machen, wenn es hart auf hart kommt. Und wir wollen ja mal nachher gleich mit Süleman reden. So. Warten hier nochmal. Okay, jetzt können wir uns schon mal vorschreiten. Und hoffe mal, dass wir nicht entdeckt werden. Wir bleiben einfach mal stehen. Die laufen eh immer so komisch rum. Oh Gott. Hier lang. Aber wir können auch so. Einmal schnell Bäm, Bäm, Bäm machen. Okay, wir haben die volle Synchronisation nicht erhalten. Das ist aber scheißegal. Und, ja, jetzt sind wenigstens die Wachen hier weg, die immer hier ständig rumlaufen und die uns immer Ärger machen wollen. Haben jetzt aber auch keine Assisten mehr zur Verfügung. Ist auch ein kleines Problem, aber es gibt größere, ne? So, jetzt müssen wir hier unentdeckt zu Süleman gelangen. Ah, da laufen die anderen Wachen rum. Wir brauchen mindestens zwei. Eine, eine Assassin-Dings hat sich gleich aufgeladen. Aber wir brauchen mindestens zwei. Weil sonst schaffen die das nicht. So, ein Assassin-Trupp ist schon wieder aufgeladen. Ja, ist jetzt ein bisschen langweilig vielleicht für euch, weil wir nicht Action sind. Aber so ist diese Mission auch. Man soll nicht mehr auf Action, sondern hier ein bisschen mehr auf Strategie gehen. Ich nehme ja jetzt auch erst 17 Minuten auf. Wir haben noch viel Zeit. Um schön viel Aufnahmen für euch zu haben. Ja, ich hoffe, dass ich diese Mission in dieser Aufnahme noch schaffe. Und dann noch den letzten Masjav-Schlüssel. Dass es denn nicht mehr allzu viel ist von diesem Spiel. So, die haben sich gleich aufgeladen. Moment. Dauert hier ein bisschen länger. Oh, Kacke. Zur Seite gehen. Weil die da langlaufen. So. Oh, fuck. Die sehen ich ja alle wieder hier. Okay. Hat er das jetzt erwischt? Hat er den jetzt erwischt? Okay, jetzt hat er ihn erwischt. Die erste Truppe ladet sich schon wieder auf. Ich muss meinen Onkel besuchen. Ich muss fort von dir. Oh, perfekt. Die haben es geschafft. Das ist ja echt super. Ja, es sieht so aus. Jo, die haben sich wieder aufgeladen. Das ist ja geil. Super. Haben wir das auch geschafft. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon weiter als vorher. Müssen wir hier links lang. Oh, hier sind auch ein paar Wachen. Aber die stören uns nicht. hoff' ich mal. So, wir müssen wir lang. Wir müssen geradeaus lang. Oh, Kacke. Da muss ich die mal... Einen Assassinen hat beide erledigt. Das ist ja mal... ...sehr nice. Laden sie sich auch wieder auf oder kämpfen sie sich hier noch mit anderen rum? Ne, sie laden sich auch wieder auf. Perfekt. Dann hat diese Mission... ...sicher gelohnt. Oh, fuck. Hör auf. Scheiße, die haben sie jetzt nicht gekillt. Das war jetzt ziemlich blöd von mir. Äh, fuck. Aber... Ja, egal. Wir brauchen mindestens einen Trupp... ...für die beiden Wachen da hinten. Ja, la, la, la. Okay. Die laden sich alle wieder feinfleißig auf. So, perfekt. Ähm... Ah, da kommen sie. Der Zweite, der kommt da. Brauchen immer ein bisschen länger. Oh Gott, weg, 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 weg. Gut. So, und jetzt sind wir auch schon bei Sülemann. Das ist doch perfekt. Ja, da wartet er auch schon. Auf uns. Zure Ankunft. So, geschafft. Tariq war kein Verräter, Sülemann. Auch er war ein Feind der Byzantiner. Was? Dann habt ihr... Es tut mir leid. Gott, vergib mir. Ich hätte nicht vorschnell urteilen dürfen. Er blieb eurem Großvater treu bis zum Ende. Und durch seine Bemühungen haben wir die Mittel, eure Stadt zu retten. Ach, Tariq, wäre er doch nicht so verschwiegen gewesen. Eine schreckliche Art, Gutes zu tun. Die Waffen sind jetzt in Capa Deutsche. Könnt ihr mich hinbringen? Ja, natürlich. Ich werde ein Schiff für euch vor. Sülemann, Sülemann. Man stellte mir eine Falle. Und ich sah wie ein Verräter aus. Kennst du noch Tariq, den Janitscharen? Mit dem ihr euch gestritten habt? Er wurde ermordet. Es ist bekannt, dass wir uns überworfen hatten. Jetzt werden die Janitscharen mich verantwortlich machen. Welche schrecklichen Neuigkeiten. Wenn mein Vater davon erfährt, lässt er mich aus der Stadt verbannen. Oh, vergib mir, Neffe. Ich, ich wusste nicht, dass du einen Gast hast. Das ist Marcello, einer meiner europäischen Berater in Keffe. Buona sera. Marcello, mein Neffe und ich haben private Angelegenheiten zu besprechen. Wie gesagt, ein Schiff wird auf euch warten, wenn ihr abreisen wollt. Grazie, mio Principe. Wir werden den Schuldigen für dieses Verbrechen finden, Onkel. Habt Geduld. Alles klar, das Spiel neigt sich langsam dem Ende. Wir müssen das jetzt... Scheiße, sind hier viele. Hier jetzt verlassen. Ich weiß, dass es hier keinen Grund gibt. Brauchst mich ja nicht gleich so anzuschreien, Junge. Ist auch schon zu spät. Sei doch schon zu spät, Assassin. So, wir werden hier mal ein paar Kugeln verschwenden, aber... Das macht ja nichts. Oh Mann. Wir dürfen gar nicht entdeckt werden, das ist das Problem. Jo, scheiße. Ähm, egal. Jetzt müssen wir es alles noch machen. Nein, Scherz. Wir können auch hier wieder ein paar Dings beauftragen. Der Plan lautet einfach... ...mich herausbringen. Assa. Geil. Assa, assa. Assa, assa. Also, das Spiel neigt sich wirklich dem Ende. Jetzt sind wir nämlich gleich nicht mehr in Konst... ...in Tantinopel. Okay. Die Assa sind erledigt hier alles für uns. Und, äh... Moment. Ach, musst du kurz niesen. So. Und dann gehen wir einfach hier den Weg wieder zurück, wohin wir hingegangen waren. Gut. Äh, ja. Hier sind kaum mehr Wachen. Ähm, ich sag' ich sag' ich sag' da kaum. Alles klar. Hier rauszukommen ist nicht mehr so schwierig wie reinzukommen. Finde ich. So. Hier hoch ging das. Ach, bin ich froh, wenn ich diese... ...hier raus bin. Und diese Mission abgeschlossen hab. Oh Gott, die sind echt gut, die Assa sind geworden, muss ich sagen. Ich hoffe, dass ich jetzt übers... ...übers Dach folgen kann. What the fuck? What the fuck? Fuck! Scheiße! Scheiße! Ey, jetzt reicht's mir. Jetzt mach' ich das aber nicht nochmal so und latsch den ganzen Weg da die ganze Zeit beim... ...normalen Rundings. Da geh' ich jetzt, lauf' ich jetzt irgendwie raus. Das ist mir jetzt so blöd. Reicht mir schon, dass ich's vorhin machen musste. Warte! Ich möchte mit euch reden! Denn Kim... Scheiße, scheiße, scheiße. Ich doch. Halt! Komm! So! What the fuck, ey! Das gibt's nicht! Zum kurzen, ich hasse diese Mission. Mann! Ist doch auch nicht so, als ob es hier nicht übertrieben ist mit den ganzen Wachen, ne? So, mein Freund. Du bist der Erste, den ich eliminiere. Warum nicht? Warum passiert das ausgerechnet immer mir? Nein, erinnert er sich. Abgemacht. Geht vor. Er steckt doch mal deine Waffe weg, du Spass, der Zuhörer. Ehrlich. So, wir gehen jetzt da lang und ich werd' jetzt hier gehen. Endlich kämpft einer gegen diese Kretans. Okay, der eine Assassin hat Schaden genommen, aber es macht gar nichts. Die sind jetzt... zu viert. So, dann lassen wir die hier wieder weglaufen. Bitte Gott, lass mich leben! Bitte Gott, lass mich leben! Okay. Haben die es jetzt auch geschafft. Wir sind komischerweise nur noch zu zweit. Das ist ein bisschen scheiße. So. Fuck. Scheiße! Das lasse ich jetzt nur noch die Assassin machen, ey. So einen Scheiß hatte ich noch nie hier beim Rausgehen, ey. Das ist zum Kotzen. Richtig zum Kotzen. Wie lange nehm ich jetzt schon auf? Bestimmt hier wieder einen ganzen Part, ja klar. Einen ganzen Part. Ey. Gib es doch nicht, ey. Wie läuft der Plan? Indem du einfach mal mitkommst. So, die allen ledigen jetzt da hinten auch noch. Oh, oh. Deine erbärmliche Existenz ist vorüber. Okay, wenn wir mal gucken hier. Die müssen wir auf jeden Fall mal skillen. Die kommen noch nicht mal zu zweit gegen eine Wache an. Okay, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. So, geh doch. Geh doch. Warum nicht gleich so? Ey, könnt ihr mal aufhören, hier zu schubsen, ey. Mann. Ist ja nicht so, als wenn ich mich hier verstecken müsste, ne. So. Den werde ich jetzt hier nicht eliminieren. Außer wenn er mir zu nahe kommt, aber das macht er, glaube ich, nicht. Hoffe ich mal. Und ich schätze immer, wir müssen da lang, wo die Wachen sind. Ja, genau, da müssen wir lang. Das habe ich für ihn gerade voll verpennt und... Schnell, 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 schnell. Gut. Das ging ja mal ratzfatz von euch. Danke, Jungs. Hilfe! Da ist ein Mörder! So, das Gebiet ist noch ganz schön groß. Könnt sich noch ein bisschen in die...